Herzlich Willkommen auf meinem Kanal TimorTV. Wir spielen heute Horror Field. Ich bin schon Level 5. Es ist ein Spiel, man kann hier so Charakter aussuchen. Ich kenne es ja vielleicht das Spiel Freitag der 13. auf PC, Play. Ist nun so ähnlich, nur ein bisschen anders in ich will euch jetzt zeigen. Ich bin jetzt die Frau, ich bin jetzt Level 5. Den Typ da kriegt man erst ab Level 6. Leider. Sonst ja mal gucken wir mal hier. Ach ja. Dann sieht das so aus. Man muss dann 5 Dinge hier suchen. So was hier. Drückt man hier drauf. Wenn einer noch Hilfen tut. Jeder schneller. Hier oben sieht er den Herz da. Er hat den Herz getopfen. Wenn das immer schneller ist, dann ist er sehr nah bei euch. Ja. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja. Scheiße. Scheiße Mann ey. Leider ist das hier, äh, dieses Spiel ist äh, noch in Entwicklungsphase. Ja. Wenn der mich jetzt wegspampt. Ja, genau das. Jetzt bin ich im Käfig. Hier kann man so schreien und so. Ach, schreien ja genau. Hilfe rufen und so. Man kann aber auch nicht immer ein Gefängnis landen. Man stirbt dann bei dritten Versuch oder so. Man sieht das hier oben, das rote. Wenn es immer weiter voll geht, dann sterbt man. Wenn er jetzt mir helfen tut, muss er hier die Gitter aufmachen. Aber dann muss man sich auch jemand beleben. Das ist das Schlechte dran. Ich finde, das dauert viel zu lange. Viel zu lange. Mit beleben. Viel, viel, viel zu lange. Na, es ist jetzt noch ein Motor. Dann muss man irgendwie so einen Ausgang finden. Das glaube ich, es gibt zwei Ausgänge. Ja geil. Warum belebt der mich jetzt nicht? Lauf doch weg. Der Typ kommt doch jetzt. Ich bin immer derjenige, der verrecken tut. Immer. Ja genau. Es gibt hier einen Ausgang. Das Spiel ist richtig geil gemacht, finde ich. Grafik erhören und so alles mit Toneffekt und so. Ist auch richtig geil gemacht. Da ist der Ausgang. Da muss man auch corden. Das blöde ist, wenn dann alles hat und derjenige ist im Gefängnis, dann würde keiner befreien, weil sonst überlebt man nicht. Jetzt hat man gewonnen hier. Geil. Wie man hier sieht, ist hier der Typ auf Hilfe 6. Ja. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Es macht Laune und so. Und ja. Das ist jetzt die Map Bunker. Ich glaube, es gibt drei Maps Bunker. Dann den anderen, was wir hier gesehen haben und einmal noch eine Map. Da war ich aber auch nur einmal. Ja. Schade ist das noch in der Entwicklungsphase. Die sollten wir ein bisschen schneller machen. Spiele, also das Spieler zu sehen, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, weil... Da muss, wenn man jetzt so hinter dem Mauer ist, der zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Typ da jetzt hier in der Mauer ist und ich bin der Typ und schlag den dann, dann ist er trotzdem verletzt. Was eigentlich nicht möglich ist, weil da eigentlich eine Mauer ist, aber da müssen ja noch die Entwickler noch was machen. Aber man kann nichts sagen, das ist in der Entwicklungsphase. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ja. Ihr könnt das ja in der Link-Beschreibung ja mal installieren. Und auch mal zocken. Ich bin mal gespannt, wann das fertig ist. Oh je. Er hat mich erwischt. Ich blute dich wieder. Oder? Ja. War mir auch so was und klar. Jetzt schnappt er mich immer wieder. Also ich kenne die Map noch nicht so gut auswendig. Jetzt befreit er mich noch. Ja ok. Cool, cool, cool. Ja jetzt blute ich wieder. Das ist mal wieder typisch. Ich kenne die Map noch nicht. Ich kenne die Map noch nicht. Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht wo lang. Ach scheiße man. Das ist richtig kacke. Toll. Toll. Das hilft mir bestimmt wieder eh keiner. Das verrückt daran. Geil. Wenn ihr auf jeden Fall mehr davon seht, dann like nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Und ja ihr könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben wie ihr hier das Spiel findet. Und ja. Ja. Ich bin gleich tot. Ja ich bin jetzt tot. Und ja. Und ja. Schreiben. Welch Level ihr seid. Habt noch einen angenehmen Tag. Ciao. Ja. Ja.